Dank eines Doppelpacks von Guillaume Hoarau qualifizieren sich die Young Boys Bern auswärts gegen Dynamo Zagreb erstmals in ihrer Vereinsgeschichte für die Gruppenphase der Champions League. Ajax Amsterdam reicht dafür ein 0 zu 0 und auch AEK Athen ist durch. Dynamo Kiew Ajax Amsterdam 0 zu 0 Hinspiel 1 zu 3 BIs Vorkommnis Tadic verschießt V 11 Meter 14. Amsterdam AEK Athen FC Videoton 1 zu 1 0 zu 0 Hinspiel 2 zu 1 Tore 1 zu 0 Mantelos 48. V 11 Meter 1 zu 1 Nego 58. Rote Karte Lopes 80. Athen der griechische Meister schaffte nach langer Abstinenz die Rückkehr auf die große Fußballbühne. Für den Klub, der nach zwischenzeitlichem Zwangsabstieg erst seit 2015 wieder in der höchsten griechischen Liga spielt, ist es die erste Champions League-Teilnahme seit der Saison 2006. 07 Dynamo Zagreb Young Boys Bern 1 zu 2 1 zu 0 Hinspiel 1 zu 1 Tore 1 zu 0 Heirovic 7. 1 zu 1 Hoerau 64. V 11 Meter 1 zu 2 Hoerau 66. Champions League-Qualifikation. Die Hinspielergebnisse Heimgast Ergebnis Bait Borisov PSV Eindhoven 2 zu 3 Den 4 KSL Paok 1 zu 1 Roter Stern Belgrad FC Salzburg 0 zu 0 Ajax Amsterdam Dynamo Kiew 3 zu 1 FC Videoton AEK Athen 1 zu 2 Young Boys Bern Dynamo Zagreb 1 zu 1 Mehr bei Spox, die Auslosung der Gruppenphase im Livestream sehen Auslosung der Gruppenphase, Modus, Übertragung, Lost Töpfe, Awards, RB Leipzig, Zoria Luansk, das Europa League-Rückspiel live auf der ZN. 1 2 3 5 4 6 7 8 9 9 9 10 11 10 11 11